Herzlich willkommen zu Panorama 3. Leere Fächer in der Apotheke. Da wurde nicht vergessen nachzuordern. Nein, die Medikamente sind im Moment nicht zu kriegen. Lieferengpass, so lautet der Grund. Das geht von der Kopfschmerztablette über Blutdrucksenker bis zum Krebsmedikament. Das wird immer brisanter. Für viele Patienten ist das ein echtes Problem. Warum, fragen wir, passiert da nichts. Hoch hinaus, ganz ohne Motor. Segelfliegen ist auch im Norden für viele ein leidenschaftliches Hobby. Und eigentlich, so denkt man ja, kommen sich diese kleinen, eleganten Flugzeuge nicht mit diesen riesigen Verkehrsflugzeugen in die Quere. Weil sie ja auf unterschiedlichen Höhen unterwegs sind. Das sind sie auch meistens. Aber immer öfter kommen sich die zwei viel zu nah. Von 170 gefährlichen Vorfällen in den vergangenen Jahren ist nach unseren Recherchen die Rede. Und es wird nichts dagegen unternommen. In Sülfeld, im Kreis Segeberg, sind viele Einwohner mehr als verunsichert. Eine Neonazi-Clique sorgte für Unruhe. Ein Mann und eine Frau wurden vor Kurzem von einem Neonazi angegriffen und auch verletzt. Spätestens seit diesem Übergriff machen sich viele Sorgen, auch um ihre Kinder. Und am Wochenende haben sich deshalb rund 300 Bürger in der Sporthalle versammelt, um sich zu informieren und sich auch auszutauschen. Und so hat es Einbürger formuliert. Ja, Sülfeld wehrt sich. Und das ist nur ein Beispiel, das zeigt, was gerade im Land so abgeht. Wie konkret Gefahr von Rechts aussehen kann. Und ausgerechnet in diesen Zeiten werden viele Projekte, die sich gegen Extremismus einsetzen, nicht langfristig mit Geld unterstützt. Denn bislang werden die Gelder immer wieder neu verteilt. Mit erheblichen Folgen. Das zeigt unser Beispiel aus Niedersachsen, das für viele steht. Ja, und trotz der Widerstände aus der Union will Familienministerin Giffey nun einen Gesetzesvorschlag für eine langfristige Finanzierung solcher Projekte einbringen. Sie wissen das sicher längst. Wir sind mittendrin in unserer Aktion Hand in Hand für Norddeutschland. Und dieses Jahr rufen wir ja zu Spenden für die Krebsgesellschaften auf. Und das hier ist Stefanie Dietrichsen aus Hamburg, 45 Jahre alt. Vor fünf Jahren erhielt sie die niederschmetternde Diagnose Brustkrebs. Aber Stefanie Dietrichsen hat den Kampf gegen die Krankheit aufgenommen. Und heute hat sie es geschafft. Und erzählt uns über ihr Leben mit und auch nach der Krankheit. Gedanken einer beeindruckenden Frau und Mutter, wie die Hoffnung nie aufgegeben hat. Ja, da muss man einmal tief durchatmen. Das war's, liebe Zuschauer von uns, von Panorama 3 für dieses Jahr. Ihnen jetzt eine schöne, friedliche Zeit. Und wir sehen uns wieder im Januar 2020. Ihnen allen jetzt einen guten Abend hier im NDR Fernsehen. Die Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-Karte-K